Entering Pharaoh's Tomb No problem an der Stelle Bin jetzt auch gespannt Jetzt sind wir im Map 10 Vielleicht gibt es hier dann wieder Ein Reset Sowohl thematisch als auch Arsenal Sozusagen Wer weiß Wer weiß Der Doppelläufige gibt es auch direkt hier Sehr schön Wunderbar Oh je Frechdags Zack, zack, zack Okay, ich sehe eine gelbe Karte Oh lol Hat den nicht erwischt, aber wurscht Nicht ganz so schlimm No problem Mach mal, mach mal doch Easy Und locker So Hier irgendwo was drin noch Ne Dann können wir hier durch Und hier waren wir eh schon Okay Jetzt nur zum schneller Zurückkommen IC Aha Beziehungsweise Können wir auch so machen Zack, zack, zack So eine Rüstung Gefällt mir doch immer Nice Deine Karko hat auf jeden Fall Schon ein bisschen BFG abbekommen Okay Okay Ah Oh lol Frech Die Rakete war gemein Was ist denn dort? Ein großer leerer Raum Ey Ich schaue mir gerade was an Wenn du erlaubst Der lebt Das ist ja mal maximal frech gewesen Okay, wir haben sehr viel Oh lol Wir haben jetzt vor allem einen Aufzug Größeren Wahrscheinlich kommen wir Gar nicht mehr zurück dann, oder? Okay Okay Ich will da nichts sagen, aber Ich habe halt eine BFG, ne? Hä Und man hat mir einen Arsch voll Arsch voll Zellen gegeben Man kann nicht von mir verlangen Dass ich dann in irgendeiner Form Gnade oder Zurückhaltung übe Das kann man wirklich nicht an der Stelle Da sind mir dann auch wirklich die Hände gebunden Okay, warte mal Das sieht ja einfach nur absolut großartig aus Dieser Haufen dort Ah, hier würde man sogar noch eine Plasma gun bekommen Kommt mal hier wieder hoch Schwer zu sagen Egal Oh, warte mal Ich sehe die Plasma-Muni da hinten Okay Okay Nice See Sehr schön Nice War doch War doch noch erfolgreich Ist das ein Teleporter? Geht Ah lol Okay Damit kommen wir da nur hin Okay Heißt Uns fehlt natürlich noch das Secret Und das würde ich noch eben suchen Okidoki Das Secret Hier am Anfang direkt Plupp Ja Hätte ich nur einmal in die Richtung geguckt Ne Das ist eigentlich mega offensichtlich Aber ich muss es halt echt einfach komplett ignoriert haben So Alles was ich hier jetzt eh noch aufnehme Ist komplett egal Weil Wir Haben ja eh Gleich ein Reset Und Zack I killed myself Gemein an der Stelle Aber hey Damit haben wir Ich sag mal auch Die Das zweite Thema Oder Sozusagen Wahrscheinlich beendet Ähm Und ich muss sagen Ich bin jetzt wirklich Sogar noch mal ein bisschen mehr gespannt Weil Jetzt haben wir wahrscheinlich Noch Vier Themen vor uns Mindestens Und dann vielleicht Zwei Special Sachen Noch für die Secret Äh Maps Also wer weiß Wer weiß Bisher gefällt mir Scythe 2 Echt sehr gut Macht auf jeden Fall echt Äh Lust auf mehr Die ganze Zeit Und das ist immer ein gutes Zeichen Aber ja Würde ich mal sagen Sieht man sich beim nächsten Level wieder Bis dann Ciao Ciao